Oh, der Mann hat noch nichts fertig. Wo willst du denn damit jetzt noch hin? Ja, ich denke, wir fahren romantisch ans Meer, wir zwei. Hä? Wir fahren in die Berge. Hä? Nein. Na, typisch, Paare im Urlaub, da gibt's immer Streit. Wie Sie Zoff im Urlaub vermeiden können, dafür haben wir morgen früh Tipps vom Experten 10 nach 6. Und wer ist das überhaupt? Das ist Bert. Und Bert ist nicht der Einzige. Antje kommt auch noch mit, in der Tierpension war kein Platz mehr. Bis morgen früh. Bis morgen früh.